Ja hallo erstmal und jetzt kommt mir auch mal kein Kanal. Ich bin mal hier von der anderen Seite rein, versuche ich mal. Also ohne den LKW zu nehmen. Dass wir von hier aus irgendwie reinschleichen. Weil da geht auch eine Tür rein. Die stehen auch welche. Da sind die in seiner Blanka Kartell. Kartell, Kartell, Dings. Es gibt Alarm. Jaja, der ist noch aktiviert. Achtung, Narko mit Maschinenpistole. Okay. Gut. Aber irgendwie hier drin waren ja noch welche. Tut 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 tut. Mal gucken, ob es von hier aus besser geht. Weil da hier kann man glaube ich rüber springen. Man kommt aber nicht wieder zurück. Ja, man muss da hin. Da hätten irgendwie raus. Da, an dem Punkt. Okay, wo ist er? Geht er mit Simultanschluss? Gehe in Position. Ich sehe das Ziel. Mach das mal. Ich brauche eine bessere Position. Verstand. Unterlegs. Hm. Testen wir mal. Aber wenn er jetzt reingeht, wird er entdeckt. Ist natürlich doof. Hier läuft noch einer. Zwei Sicarius. Sag mir wo. Da. Beim Truck. Oh. Warten wir den nehmen wir wieder raus. Gehe auf neue Position. Bin schussbereit. Alle schussbereit? Na gut. Wir testen das einfach mal, ne? Da steht noch einer. Denn sie natürlich, wenn die umfallen, ne? Eieieieiei. Oder wir lassen uns einfach mal, ne? Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Gut. Nehmen wir raus. Nehmen wir raus. Aber er könnte ihn hier abschießen, ne? So. Jetzt. Angriff. Los. Komm. Jetzt. Gut. Erledigt. Nicht so schön versteckt. So. Alle schön besorgen hier, oder was? Gucken. Wenn du auch so runtergehst, geht doch nicht. Schade. Hm. Hm. Okay. Der LKW. Gut. Einer weniger. Ach, der Cool-Down-Leute aufs Lange. Ah, der liegt dahinter. Sehen Sie nicht. Okay. Den Alarm müssen wir noch ausschalten, ne? Wenn du nicht das Vogel, aufpassen. Jo. Pass auf. Hopp. Nächster Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. Gut. Der Hinten läuft alle lang. Warte mal. Drohnen gehen wir nochmal. Kriegt der nicht hin? Gut. Ja? Gut. Na dann mach mal. Einen Drecksack weniger. Gut. Ich war auch gerade schön versteckt hier irgendwo, ne? Der ist gut. Ah, ja, ja. Man soll doch ab und zu seine Jungs arbeiten lassen, ne? So. Ich mach mal hier. Ach nee. Muss noch wieder warten. Sechs Sekunden. Okay, bin unterwegs. Hab das Ziel. Kommt, geh mal woanders hin. Nicht wieder reingehen. Nein. Mein Ziel ist weg. Ja, hab ich mitgekriegt. Den lassen wir mal. Konzentrieren uns erst mal auf die hier vorne, würde ich sagen, ne? Oder was meint ihr? Genau. Ja, das war eine aufgetaucht. Ich schlafe muss immer hier hinten rum, ne? Äh, hier vorne rum. Und hinten. Könnte auch mal rauskommen, der Junge. Ich schau, wenn es bisschen länger dauert, aber... Äh, nein, 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 nein. Da ist ein Sicario. Ich seh niemanden. Nix mit Markierung hier. Wollte ich gar nicht. Ich muss dann warten, bis die EMP-Drohne wieder aktiviert ist. Uiuiui. Ja, geh'n wir mal rein, ne? Wird ich mal mein? Ja, komm. Da steht einer. Gott. Von hinten müssen wir ja komplett durchkämpfen, ne? Ah. Versuchen wir jetzt mal von hier. Müssen wir warten, bis die EMP-Drohne wieder angelaufen kommen, ne? Leise, leise. Ich leise, keine hier. Ne? Sieht nach Fahrplänen und Schmuggelrouten durch die Provinz aus. Das ist wonach wir suchen. Tötung beobachtet ist natürlich doof. Ah, ja, toll. Schon wieder gescheitert. Aber den habe ich noch mitgenommen. Na gut, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Ich muss mal eine kleine Pause machen. Ja, dann rin gehauen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, ihr vielleicht Anregen oder Ideen habt, schreibt es rein. Bis dann, euer Terra. Bye, bye. Bye.